ja hei willkommen mein name ist der nero lp und mein name ist mit dem mario master und wir begrüßen euch zurück zu let's play mario party acht ja wir sind im königbuch hoferhof der nero lp hat der hat die gummas süße stecken gewonnen herzlichen glückwunsch noch mal ja dankeschön ich wurde letzter ja er sollte jetzt nicht so gestisch klingen aber wir haben uns zwei neue lakaien gesucht gegen die war antreten und ich darf anfangen gefolgt von mir tot und knorren drogen was du in dem hauhaus knochen drucken und ich poste auch hinein damals noch mitgenommen ja scheißegal also man weiß ja schon langsam wie es hier funktioniert ja also tun wir ja weitermann ohne jemals wieder was zu sagen geht hinein und hier bin ich jetzt rottelt direkt vor der nase und jetzt bringt mir meine zehn manchen dass ein vater das mein könig da ist mein könig ich darf anfangen wo du bist am zu ich sag die geisterte und wahrscheinlich hat nun auswendig wollte weil ist das immer unterschiedlich okay dass er eine berühmung sagt man handgelenkschlauch ist ganz dran eigentlich gerade weil sie waren alles tiefer schüttert 10 münzen morgen nur ja auch wisst ihr was noch noch sehr viel erschütterter ist ich habe keine handgelenkschlaufe ja wie es einfach ab ich habe sie einfach abgeschnitten der folge normalerweise nicht der der am anfang alle münzen verliert aber okay diesmal ja tot sehr und wenn eventvolle erste runde alle ging alle drei teilen sich den ersten platz ja aber jetzt gleich kann nur einer ihnen haben und ich muss die hässlichen roten sammeln hey was soll ich denn sagen das blöde zeichenspiel dieses zeichenspiel ist nicht blöd du bist blau ich bin rot und springen ok bewegen und springen unsere farben einsammeln deine blauen und ich muss die blauen einsammeln ich wünschte ich die blauen und du möchtest doch bestimmt die grünen haben ja und ich muss die hässlichen roten sammeln hey was soll ich denn sagen beim menschen mehr vergessen ich habe ich hatte ja ich bin gar nicht mal richtig ja 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 ich werde das gedacht ja nur das konfetti und das konfetti fliegt durch mich durch ich bin ja tot oh ne oh ne oh ne oh ne okay ich bin am zug was auf den donkey kong fällt hier ja noch keine gabelung oder irgendwie sowas ne du bist am zug macht mach du storadino los donkey kong fällt aber tatsächlich oh was kriege ich jetzt die fallen sind verschlossen ich weiß nicht ob das so gut ist vor allem ist mit von der partie dank seiner helfe sind in diesem haus kein thema wie soll mir das denn helfen und wenn die key in einem dieser räume begegneten begegnet schenkt er dir einen stern wie soll mir persönlich in natten also ein hoch auf die key aber alle die käfer sind sie browserfeldern geworden oh nein soll es mir einen stern geben und nicht allen anderen helfen ich meine du hast das letzte brett gewonnen also sei mal ruhig ja ich verstehe nicht wie dann ein helfen sei ich dachte er soll ja noch mal zu helfen er hat uns ja geholfen ja euch hier auch und der lang jetzt auch da noch nicht aber sehr wenn ein browserfels aufgetreten wird alle gegen den pilz ja tötet ihn und dann ist ihn um zu wachsen um her zu spucken das sind bluten oh nein haben wir gerade im letzten fall gespielt war das für uns einmal 20 minuten her ist ja okay bist du bereit ja startet die motoren action eine blume das war eine blume verdruckt ja ja wir haben es ja geschafft also gegen mich gespielt das war so voll geholt und jetzt aber war ich wir da wollen wir knapp daran ja das war das war kein ding der pilz hat es entschieden darauf ein bonbon ja von bonbons die bonbons stimmt wir haben noch gar keine es gibt hier keine bonbons in real life haben wir welche ja und die werden wir jetzt einfach so essen leider noch nicht wundig mal erst mal nein äh wo wo ich denn hin oh ja geil hm oh nein ja geil das ist ja gut danke ne ich ich danke du danke dann ihre vielen dank du bist eine wucht dieser blöde die hat sich aus dem staub gemacht jetzt sind die fallgruppe in den sack aktiv aber besonders geholfen einzug später direkt jemanden stern ein gesagt wäre ich wirklich nicht weiß jetzt wenn ich recht zu gießen nur nach oben das heißt du musst nach unten gehen klassisch durch die zeit im hautgebühr topfes war noch mal erzählen wir uns noch mal zu kaufen ich gehe nach wahrscheinlich jetzt wieder so im kreis kann sein ja komm jetzt umsonst ja durch eine ohne fliege typen zu bezahlen oder war hat ich gewinne nicht hat jeder andere hier bin ich tue für alle vorteilige alle gegen den unten alle gegen den toten was schnapp ich den toten er muss leben so wie der rest von uns außer den geist bei dem bin ich mir nicht sicher das ist nicht mehr so will er das spiel warum darf ich nicht leben wir sind uns alle nicht sicher ich lebe doch irgendwas ich bin doch was wir knochen trocken dann wir sind beide die toten lebt er ist doch tot hat doch keine haut mehr ich bin transparent lass mich in ruhe wir sind die erfolgreichen terroristen ja vom toten in die luft das spiel konnte noch jeden geben ganz richtig waren die anderen wahrscheinlich ein bisschen mehr weil ich für jene irgendwie den vorteil erschaffe ist wie ich dafür habe 9 fast naja aber wo ich ja dann oh gott näher weil es hat ein glücksfeld grad stern das war schon wieder wie ding das ist nicht mehr das ist gemein da habe ich auch meine lieblingsfelder gefunden wenn man sich den nächsten stern damit auch kommen ja außerdem nehmen ja wenn du nicht auf dem glückst du bist im kreis gelaufen naja ich hab dir absichtlich nichts gesagt ja ja ich weiß ich wusste davon normale gegen den gegen den toten ich bin immer mit dem neutralen verhelfen müssen wir das eingefärbt werden wir müssen nur ausweichen nehmen vorne und zurück und links und rechts überdrehen man muss der noch mal machen der muss nur die fallen auslösen ich bin auf dem skateboard ohne füße du hast füße ich habe keine meiner licht das ist ja voll lebensgefährlich ich war die ganze zeit irgendwie direkt bei den weg tot wenn die ganze rufe mich allein haben aber wir kriegen die münzen wenn du in rome wirken die münzen ich kriege auch die münzen ich bekomme ich habe rum und die münzen ihr habt nur die münzen münzen kann man sich auch umkaufen was sogar stimmt wenn man sich ja sterne kauft ja stimmt ich habe ja ein stern das heißt ich habe ja schon mal rum und münzen habe ich auch noch eins da ging nicht gleich kommt startet die musik 1 2 3 4 5 6 7 so viel geld so viel geld so viel geld oder meine hat reit hier kann man nichts verdienen ist er vor dem ja erst vor mir ich habe kein bomb da kunst wieder ein stern voll abgreifen und weiter geht der stern eigensammelt wurde dann wieder bärisch hätte dann wird alles gesetzt und er ist auch noch vor ich glaube ich komme zum sterben da der raum ist ja nicht der raum sein das haus ist viel größer dass mich dagegen ich bin ein besserer toter schrecken der lüfter was ich mache und abschießen ja ich werde euch jetzt ficken ich werde euch jetzt ficken weg etwas weg sehr gut ist ja nur eingetroffen 2 weg meine balance das richtig abschießen kann ich mache das kaninchen ich glaube zick zack knapp nein 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 was wolltest du noch mal fiktor ich immer habe ich den anderen toten abgeschossen das war das persönlich ist ja noch nicht mal die meisten münzen was ist denn da los ja wir haben glückswelt landen sie mich ich habe schon zweimal geschafft ich habe ja ein stern vor dem mal schafft er auch noch so weiter geht nach rechts kommen rechts ist da ist der schotter rechts fühlt mich im kreis außerdem wenn du die röhre erreichst bist du eher am stern dann habe ich euch ja so einen stern noch weg genommen ausgezeichnet du hast mich gefunden wo sie meine zehn münzen gibt sie mir ich habe ja einen stern möchtest du könntest du stellen für zehn münzen erwerben nein nein ich will die walten die für asche hat ist ich glaube damit führst du sogar ja wüsste ich mit dem münzen da bist du ja die tomator ein stern ist dein doch nur bin ich wach sie dich vor jetzt alle wieder am anfang und damit dem sein aus stimmt was nicht hat sein umbau zu überwalten lassen sein hoch und der weg zum stern wohnen verändert hey ihr werdet nie wissen was gerade passiert ist wir sind alle entkommen also wir wissen was passiert ist du hast den stern eingesetzt haben und dann ist die ganze bühne eingestürzt ja da habe ich den steigen da habe ich die bude in luft gejagt genauso ist was hier deswegen sieht knochen trocken jetzt auch so aus und du hast dich persönlich dort nicht der hat ein helm auf das ist ein helm oder ich bin schon wieder auf den neutralen feld ich bin die ganze auf neutralen feldern ich muss immer eingefärbt werden jetzt gewinnt bis erster platz mario matrix und ist das normal wo man auf die felder klicken muss man wollten click adventure warte mal kommt mir gar nicht bekannt vor auf die bund ab die ok gehen wir in matrix nimmst du die rote oder die blaue kapsel ich nehme den ring und dann die kapseln hier weg meine felder er hat schon 17 wenn ich auf den arm 24 normal ich kehre aus der matrix zurück und euch nach sich einfach hier dann viel spaß in der matrix ne ich verbringe bis in zeit mit neo dann fliegen und alle zeug er das auch schon ja ich führe ja wer das gedacht mit drei münzen hätte das gedacht ich hoffe er war ja so angefallen aber ich habe eine schlaufe drei bonbons ich würde sowieso schon hohe zahlen noch ein dreier wochen und dann bist du auch immer erster wenn du jetzt was ausgeprägt ich mir überlegen spiegel ein spieler an der wand wer ist der gemein ist im ganzen land keine antwort dann findest du selbst heraus wirft einen pfeil um einen deiner rivalen schabern zu treiben wer ist der gemeinste ja du was der tod war du ich bin euch der gemeinste ich bin erfreundlich den mann sind komm her komm ich jetzt zu dir oder was ja okay na wie geht es gibt sie gut hat es so eine schöne reise gehabt ja ich war im spiel erst mal ich mit martin und ein spiel das ist verrückt wo ist die karte ich würde mal sagen da könnte jetzt entweder unten oder oben sein und könnte zu ende sein aber das war mal da lang da wird es noch mal weil wäre die münzen eines spielers das opfer mit per fall und entschieden drei jahren möchte es sein 3er bonbons kaufen genau flotten dreien wir könnten in einem team sein den ich mir auf den neutralen feld aber ich würde gesetzt immer blau bist du weimar vater moma blau ja okay oder könnten wir noch mal alle gegen knochen trocken spielen dann wird auf jeden fall blau nehme ich an der mit blau ja du auch ich sagen ich wollte auch mal blau also nehme ich mal an als zwei und zwei wahrscheinlich wir werden hier sehen ich bin ein spiel wir werden alles kann einfach mal alle blau ich bin ein kampfspiel stimmt so ich habe zu viel ja was alle münаки ja ja glöcksspiel kommt ein ich will das multiplizieren spiel machen dass er glücksspiel ist dann auch das ist nicht mehr als erster jetzt ja ankommt ich hoffe ich möchte dich dann fragen irgendwo da draußen du fängst an und auch mir passiert schon so viel zum thema die passiert nix so ein dreck ja gar nichts was kommen dass den das den geist fliegen kommen für den geist fliegen sehen die schnauze ja jetzt die unwichtigen nebenkarakter ja ja da sind nur drei dinge die sprung fehler sind oder wir stehen aber macht den erweilen sowieso egal wer von ihnen gewinn für die grüne schere haben eigentlich wir haben einen gewinner du kommst wie es noch ein paar münzen ja wie viele 5 85 mein geld der münzstern kommt am ende das war mein plan gewesen deswegen habe ich nicht aus dem spiel geholt daher konnte auch so bestimmen ja 18 und ein kommen aber nur münzen vom jahr ja kommen mit mir so weit von münzen vom jahr so jetzt der lebenden und den toten wir spielen juwelen im eis tritt und schlagen gegen die eiszopfen um edelstellen zu ergatten wer zuerst fünf gesammelt hat gewinnt das spiel lässt sich frosterfein so regnet das eiszapfen springe auf sie sagt zufällig ja wo die landen ja wegen schlagen springen schlagen und zwei art und nach eins treten 22 stammattacke alles klar wollen wir zu verlieren und halbes zufällig zufällige spiele ja du kriegst nicht von mir weg mit obdachlos ich habe kein geld was den stern ja und er wird also meinen stern ja ich ging deinen sterben dazu weitergeht nein kein einzigen gewonnen so sieht es aus jetzt gleich noch einen stern das wäre es jetzt viel glück hat spielt scheiße ich schiebe alle schuld auf das spiel ja ich kann sowieso noch wenn also kommen kommt wird ein scheiß weil ich meine auswahl wünschen ja gott sei dank zehn jahr geil steig ich noch nicht mal die auswahl und sterne da hier nehmen mein geld das ist nichts mehr warum jetzt abdingen ist ich guck mal es ist nicht fair so ich gehe weg von mir ich glaube zwar nicht hat irgendwelche abziehbar aber du hättest einzig denn dich noch mal mit mir zitulieren niedriges habe ich habe ich da jetzt will noch nicht hier kommen bonbon ich brauche noch zehn noch ein paar bonbon das teuer haben wir verkaufen ich kann mir nichts kaufen kaufen vielleicht sagt allerdings gleich ist daher der weg zum glück aber hätte ich hier bezahlen dahinter wieder dinge man hätte mir auch nichts gemacht hätte ich kein geld mehr gehabt wohl eigentlich doch so kommt ja auch noch ein glücksfeld das ist gut genau auf knochen trocken fliegt los wer hat mich da angefasst deine münster verloren die musik ok wir machen das nicht wenn wir einen schnitt setzen ja aber die musik ist voll catchy ich denke dann nicht also das auch noch eine fallgrube ich glaube ich glaube alle gegen mich alle gegen mich ich mag es mit alle gegen mich spielen da kann ich ja ich krieg wieder gratis münzen und ganz doll ich auch nicht wahrscheinlich verfehlen mal wieder eine und dann sieht es wieder so aus ich habe 16 und ihr habt nur 15 mehr also nichts auf ihr ob fast nicht von ganz oben geil ich schnapp mir alle menschen er kriegt keiner ich habe euch die ich sammle die dinge ein das ding reagiert bei mir nicht so muss auch so machen ich habe die ganze zeit und starten ab bekommen ja mein gesicht 16 münzen da habe ich überhaupt mit 105 münzen er kriegt gleich noch mehr weil er im bonus dinge muss ja ja ok bis zum nächsten tschüss ciao ciao